Dieses zum Kauf angebotene Einfamilienhaus wird in Viersen erbaut. Voraussichtlich 2018 wird dieses Zwei-Etagen-Haus erbaut. Es hat zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 684 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 125 Quadratmetern. Das Objekt steht für 385.000 Euro zum Verkauf. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020